Die Promi-News des Tages im Gala Ticker Liliana Nova zeigt ihr Mutterglück plus 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 Jelis K.O.C., so steht sie als Mutter zum Daten plus 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 Georgina Fleur ist stolz auf ihr Töchterchen. Die Promi-News des Tages im Gala Ticker 12. März 2022 Liliana Nova zeigt ihre Tochter und Einblick in ihr wunderschönes Zuhause. Am 11. Februar 2022 erblickte die Tochter von Liliana Nova, 34, das Licht der Welt. Die Geburt ihres Ersten Kindes verkündete die Ex von Lothar Matthäus, 60, mit einem Schwarz-Weiß-Foto aus dem Kreißsaal. Virginia Gigi White ist seither der ganze Stolz der kleinen Familie. In den letzten Wochen wurde es aber eher still um den Familienzuwachs. Liliana zeigte auf Social Media hauptsächlich ihre Solidarität mit der Ukraine. Immerhin hat das Model selbst ukrainische Wurzeln. Nun meldet sich Liliana mit einem Baby-Update zurück. Die Fotos zeigen Liliana in ihrem stilvoll eingerichteten Wohnzimmer. Auf ihrem Arm kuschelt sich die kleine Gigi an ihre Mama. Das Leben schaut dich immer mit denselben Augen an, mit denen du es ansiehst, schreibt die 34-Jährige zu der Bilderreihe und ergänzt auf Italienisch, ich liebe dich. Die dritte Aufnahme zeigt den Stasprössling alleine auf der großen Couch, eingewickelt in eine Decke und mit zwei kuschelt ihren an seiner Seite. Freund, Innen und Fans sind begeistert von den niedlichen Bildern. So kommentiert Lili Becker, 45, die beste Liebe und schickt virtuelle Herzen an die frisch gebackene Mutter. 11. März 2022. Jelis K.O.C., so steht sie zum Daten mit Kind. In letzter Zeit verbringt Jelis K.O.C., 28, viel Zeit mit Paco Herb, 26, den sie bei den Dreharbeiten der neuen Staffel von Kampf der Reality-Stars kennengelernt hat. Immer wieder taucht der ehemalige Love Island-Teilnehmer in den Instagram-Stories von Jimmy Blue Ochsenknechts, 30, Ex-Freundin auf, und spielt sogar mit ihrem Töchterchen Snoella nie. Ein paar seien sie allerdings nicht, beteuert Jelis konsequent. Doch wie steht die junge Mutter im Allgemeinen zum Daten? Töchterchen?